Hallo! Mit diesem Huhn als Hauptdarsteller zeige ich dir in diesem und den folgenden Videos, wie du in Scratch dein eigenes Jump'n'Run programmierst. Mit Schlangengegnern oder einem Tümpel, der plötzlich auftaucht und wieder verschwindet und in den man nicht hineinfallen darf. Oder auch Fledermäusen, die von oben nach unten fliegen und versuchen das Huhn zu schnappen. Und auch einer Plattform, welche über einen gefährlichen Lavasee führt. In diesem Video lernst du als erstes, wie du das Huhn mit dem Pfeiltasten nach links und rechts steuern kannst und wie du mit einer entsprechenden Programmierung dafür sorgst, dass es auch passend animiert wird. Bist du bereit? Na dann, fangen wir an! Zuallererst klicke ich hier auf das Kreuz, um die Katze zu löschen und gehe anschließend auf Figur wählen, um mir aus den Vorlagen von Scratch die Figur Hen, also dieses Huhn hier zu laden. Danach gehe ich hier unten rechts auf Bühnenbild wählen und lade mir aus den Vorlagen das Bühnenbild Blue Sky. Nun lege ich die Startbedingungen für das Huhn fest. Ich klicke es an und hole mir aus dem Bereich Ereignisse ein, wenn grüne Fahne angeklickt wird. Dann aus dem Bereich Aussehen ein Setze Größe auf. Weil ich nämlich nicht möchte, dass das Huhn so riesig ist, stelle ich hier einen Größenwert von 30 ein. Darüber hinaus möchte ich später nicht, dass wenn das Huhn seine Richtung ändert, es sich derart dreht, weshalb ich mir aus dem Bereich Bewegung den Block Setze-Drehtyp auf links-rechts hole, welcher bewirkt, dass sich das Huhn bei einer Richtungsänderung lediglich von rechts nach links und umgekehrt orientiert. Dann braucht das Huhn noch eine Startposition, die soll hier unten links sein. Ich nehme diese x- und y-Werte und runde sie. Also für x nehme ich minus 220 und für y minus 145. Das trage ich in den Block G zu xy entsprechend ein. Danach kümmere ich mich darum, dass ich das Huhn von links nach rechts mit den Pfeiltasten auf der Tastatur, also mit Pfeil nach links und Pfeil nach rechts, steuern kann. Ich mache mir dazu ein zweites Skript auf mit einem weiteren, wenn grüne Fahne angeklickt wird und baue hier eine fortlaufende Wiederholung an. Dann nehme ich ein Falz dann und baue es hier hinein und hole mir aus dem Bereich Fühlen ein, wird die und die Taste gedrückt. Statt der Leertaste stelle ich Pfeil nach rechts ein. Wenn die Pfeiltaste nach rechts gedrückt wird, dann soll das Huhn nach rechts schauen, ich setze also seine Richtung auf 90 Grad. Und außerdem soll es sich nach rechts bewegen, was einer Änderung von x um einen bestimmten positiven Wert, also zum Beispiel 10, entspricht. Jetzt klicke ich mit der rechten Maustaste auf das Falz dann und dupliziere es und setze das Duplikat hier unten an. Statt Pfeil nach rechts stelle ich Pfeil nach links ein und entsprechend passe ich dann die Richtung von 90 Grad rechts auf minus 90 Grad links an. Damit das Huhn sich nach links bewegt, ändere ich x jetzt nicht um 10, sondern um minus 10. Und wenn ich das einmal ausprobiere, dann siehst Du, dass ich das Huhn jetzt nach links und rechts steuern kann. Einfach über die Pfeiltasten auf der Tastatur. Bei genauerem Hinsehen sieht man aber auch, dass das Huhn sich zwar nach links und rechts bewegt, aber nicht wirklich eine Bewegungsanimation hat, also seine Beine bewegen sich nicht. Das ändern wir noch. Hierzu holst Du Dir aus dem Bereich Steuerung ein Falls, dann Sonst und siehst es mal hier unten hin. Wenn Du Dir die Kostüme des Huhns einmal ansiehst, dann fällt Dir wahrscheinlich auf, dass es dort zwei Kostüme für die Bewegung gibt, nämlich Hen A und Hen B und aber auch noch zwei weitere Kostüme, die wir vielleicht später noch gebrauchen können. Die Bewegungsanimation soll aber auf Kostüm A und B reduziert werden. Ich baue deshalb hier eine Überprüfung ein. Mit einem Operator, nämlich dem Istgleich-Operator, überprüfe ich hier, ob das Kostüm Nummer 1, also Hen A, gerade aktuell ist. Mit einem Falls Kostüm Nummer gleich 1 schaue ich also nach, ob hier das erste Kostüm Hen A aktiv ist oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann soll das Huhn nämlich zum zweiten Kostüm, also zum Kostüm Hen B wechseln. Deshalb nehme ich mir aus dem Bereich Aussehen ein Wechsel zu Kostüm und stelle hier Hen B ein. Wenn dies nicht der Fall ist, dann soll Kostüm 1 aktiviert werden, also Hen A. Ich nehme nochmal ein Wechsel zu Kostüm und stelle hier beim Sonst Hen A beim Kostüm Wechsel ein. Nun klickst du einmal mit der rechten Maustaste auf dieses Falls dann sonst und fertigst ein Duplikat an. Dieses setzt du in das obere, falls Pfeil nach rechts gedrückt wird, dann unten an das Ändere X um 10 ein. Das zweite Falls dann sonst, passt du dann an entsprechender Stelle bei Falls Pfeiltaste nach links gedrückt wird ein, also unterhalb des Ändere X um minus 10. Wenn du das Ganze nun einmal testest, dann siehst du, das Huhn bewegt sich und ist dabei auch entsprechend animiert. Allerdings leider noch sehr, sehr schnell, sodass das Huhn etwas nervös wirkt und zappelig. Aber das passen wir jetzt noch durch einen kleinen Trick an. Du kannst nämlich statt dem Ändere X um 10 bzw. dem Ändere X um minus 10 folgendes einbauen. Du nimmst dir aus dem Bereich Steuerung ein Wiederhole so und so oft und stellst hier Wiederhole zweimal ein. Da hinein setzt du dann ein Ändere X um 5 bzw. ein Ändere X um minus 5. Und diese beiden Blöcke tauscht du jetzt mit dem Ändere X um 10 bzw. mit dem Ändere X um minus 10. Und schon bewirkt das Ganze, wenn wir das einmal gleich testen, dass das Huhn sich nicht mehr so schnell und hektisch in der horizontalen Ebene fortbewegt. Prima. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du es schaffst, dass das Huhn auch springen kann und wie du es außerdem hinbekommst, dass es einen Bühnenbildwechsel gibt, wenn das Huhn den rechten Bildschirmrand berührt. Also, bleib dran und bis bald!